Herzlich willkommen bei BFC TV, der Bräuler ist back in town. Die BFC Allstars spielen heute gegen unser Regionalliga-Team zum Saisonfinale und wir machen natürlich, versprechen wahr, 150 Pflichtspiele. Lang ist es her, aber wir hatten den Pokal immer in unserer Obhut und haben gesagt, wenn er wieder mal in der Stadt ist, gibt es definitiv die Übergabe. Vom Sonderzug Pankow für 150 Pflichtspiele im Trikot unseres BFC Dynamo, Bernhard Händel, herzlichen Glückwunsch. Freue mich. Bernhard, wenn du zurückblickst, 150 Spiele sind ja eine Menge Holz. Berliner Pokalsieger, ich kriege schon mal ein Erzählen davon, Gänsehaut. Wie hast du damals die Partie erlebt und vor allen Dingen, welche Erinnerungen hast du dran? Es ist jetzt mittlerweile vier Jahre her, dass ich hier war. Ja, es ist eine sehr lange Zeit, muss ich sagen. Es ist jetzt auch viel Wasser, die Toner runtergelaufen, muss ich sagen. Es waren sogar zweimal Pokalfinale, nicht nur gegen die Tore, sondern, was war das damals, Berlin SC, glaube ich, 2018. Durfte zweimal den Pokal in die Höhe strecken, war ein umschreibliches Gefühl. Aber 2017, deine Glanzparaden haben die Partie offen gehalten, muss man ja ehrlich sagen. Und Kai Pröger hat dann ja zwei sensationelle Treffer erzielt. Ja, im Fußball gehört nicht nur ein Mann dazu, das ist eine Mannschaftsleistung, ja. Man kann sagen, ich habe dazu beigesteuert, aber im Endeffekt schieße ich ja nicht vorne die Tore, sondern schauen wir, dass wir sie nicht bekommen. Ja. Gegen Schalke warst du sogar Man of the Match. Deine beste Leistung im Trikot des BFC? Ja, die beste würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin immer so ein Mannschaftsspieler gewesen. Ich finde, wenn man der Mannschaft zum Erfolg verhilft, ist das natürlich nochmal schöner. Aber ein guter individueller Erfolg. Du kommst extra aus Wien nach Berlin, um für die BFC Allstars aufzulaufen. Als du die Einladung bekommen hast, was war dein erster Gedanke? Mein erster Gedanke war, ich will da auf jeden Fall hin. Also es ist eine unglaubliche Ehre, dass man da eingeladen wird. Und ich musste keine Sekunde nachdenken. Es hing dann eher an meinem beruflichen Werdegang, dass das ein bisschen komplizierter war, als ich dachte. Aber ich habe keine Sekunde überlegt, ob ich möchte oder nicht. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Und natürlich vielen Dank für 150 Pflichtspiele im Trikot unseres BFC Dynamo. Ringo, jetzt dein Einsatz, bitte. Ja, vielen Dank vom Sonderzug Pankow für 150 Pflichtspiele. Wir haben tatsächlich daran gedacht. Und wie Martin schon sagte, er stand seitdem in einer Vitrine und hat auf dich erwartet. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Also unglaublich, dass ich auf 150 Spiele gekommen bin. Ich muss ehrlich sagen, es hat sich nicht so viel angefühlt. Und die Zeit ist extrem schnell vergangen. Wirklich, danke, es ist eine große Ehre. Und ich freue mich sehr darüber. Wirklich. Danke. Dann machen wir es jetzt einfach. Vielen Dank und zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.